Sind Sie gerne mit dem Fahrrad unterwegs und möchten nicht auf Ihr iPhone oder den iPod Touch verzichten? Kein Problem! Mit dieser cleveren Fahrradhalterung wird Ihr Lieblingsgerät zum digitalen Begleiter. Die hochwertige Hartplastik-Schutzschale mit Lenkerhalterung behütet Ihren mobilen Begleiter bei Wind und Wetter. Einfach am Lenker anbringen und schon kann die unterhaltsame Fahrt beginnen. Die zwei schockabsorbierenden Polsterungen sind maßgeschneidert für iPhone 3G, 3GS und 4 bzw. für den iPod Touch 3 und 4. Die nützliche Rüstung schützt das Gerät zwar rundum, gewährt aber weiterhin vollen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. So öffnen Sie spielend iTunes mit Ihren Lieblingshits oder ein Navigationsprogramm, das Sie sicher von A nach B bringt. Sogar an ein Fenster für die Kamera wurde gedacht. So können Sie Ihre rasanten Fahrten prima aufnehmen und später mit Freunden ansehen. Am Ziel angekommen, nehmen Sie die Schutzhülle samt iPhone einfach aus der Halterung. Der perfekte Sozius für eine Fahrt ins Grüne oder den täglichen Weg zur Arbeit. Mit diesem Schutzcover ist Ihr iPhone gerüstet für die Gefahren des Radleralltags. Greifen Sie jetzt zu! Sogar ein Untertitelung des ZDF, 2020